So, nee, pass mal auf. Also, folgendes. Da drin ist eine Trickbetrügerin, die für einen Alkoholtest, ich hatte 0,6 Promille, äh, 2,50 verlangt, warte doch mal. Oh. 2,50 verlangt, so. Hab ich gesagt, ich geb dir einen Drink aus für 2,50. Malten Feigling, so, wollte sie nicht. Hat sie gesagt, will Bargeld, so. Äh, jetzt haben wir halt folgendes Problem. Sie hat mich hier halt mit... Sie hat mich halt jetzt festgekettet. Heinrich, gib dein Bestes. Kriegst du das hin oder muss ich irgendwie Blitz aktivieren? Ja, es ist halt wirklich eine massive Handstelle, die ist halt nicht aus Plastik. Ich weiß nicht, wo sie die her hat. Sie hat doch, sie fand das doch echt nicht lustig, hab ich das Gefühl. Aber der Türsteher findet es lustig. Ich film den jetzt nicht. Ah, scheiße. Der Türsteher findet es lustig auf jeden Fall. Ich hab ihn grad per Körpersprache gefragt, ob er das okay findet. Ich kann ihn nicht halten, ich hab nämlich eine Handstelle an der anderen. Setz ihn hier auf. Ich glaube, bei mir ist alles jord. Köln ist so eine schöne Stadt, so.